Linkshinder oder Rechtshinder? Bist du Linkshinder oder Rechtshinder? Da ist Gummibus da. Rechtshinder? Da arbeitest du noch Reifsteller? Ja. Das ist die rechte Hand, ja? Ja. Du bist rechts heller. Ich brauche die linke Hand nur ganz spontan eine Karte zu gewöhren. Die fünf? Ja. Er hat jetzt die fünf gemacht, er hätte auch das Ast nehmen können, oder die Jack verschiebt gekauft, die sich auf der Rückseite nicht markiert. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Nichts verstehen. Ja, ja. Ja. Hat jemand einen Geldschein dabei? Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 100. Ja, ja. Ich bin nämlich total... Moment. Ah ja, danke schön. Und vielleicht hier noch die... Fast ein bisschen. Die Tausend. Ja. Einfach die Initialen draufschreiben. Ja. Okay. Ja. Ja. Gut, sehr schön. Okay, gut. Das ist die Gegenleistung. Danke. Also 10 Euro Kiwi. Das ist aus Neuseelland. Per Luftkost. Per Luftkost. Per Luftkost, ja. So. Frisch aus Neuseelland. Ist da in Italien drauf? Ah, okay. Ah ja. D, C, D. D, C. D, J. DJ. 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 DJ, okay. Was heißt das D? Bitte? Für was steht das D? Für welchen Namen steht das D? Initiali. D. Mein zweiter Name. Was heißt das D? Dokic. Dokic ist der zweite Name? Ja. Ah. Josef, erster Name. Josef, okay. Glaubst du an japanische Papierfaltkunst? Japanische Papierfaltkunst? Ui! Wo ist 10 Euro? Josef, hast du vielleicht... Moment, ich hab hier hier. Kein Problem. Das war 10 Euro. Ui! Für die zweite Kiwi. Plus das. Plus... Ist okay. Ah, okay. Das Restgeld kannst du behalten. Schau. Äh, 11... Ne. 20 Euro, 23 Euro. Das Restgeld kannst du behalten, Josef. Ja, okay. Dankeschön, Dankeschön. Also, dann sag ich mal Tschüss. Hallo. Das ist die Kiwi. Einer von euch vielleicht ein Schweizer Messer dabei. Schweizer Messer? Schweizer Wissen? Ich schneide seine Kiwi-Amequato auf. Ja. 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 Du gesagt, 23 Euro. Ja. 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 Zeig den, zeig den, zeig den Kamera. Ich verkaufe die Kiwis für 10 Euro das Stück. Ja. Dann gibt's die Kiwi umsonst. Gibt's die Kiwi umsonst. Und ich krieg ja einen Film hinterher. Ja, der einen Film ist. Ja, der eine Film ist. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Nein, nein